Musik Kennst du das rechts das Haus? Ah, Noviluke? Ja, ich denke mal. Ja, eindeutig Noviluke. Andernhalb Kilometer müssen wir es fast noch sagen. Na, ist doch grob. Kein Motorrad bei Noviluke. Keine SUV. Ey, warte mal, dann kommt doch noch der Berg da vorher, ne? Äh, wie heißt der nochmal? Wo bist du denn schon wieder hin? Da siehst du schon, Davids Castle. Wo bist denn du schon wieder? Der wird links von dir. Da, warum rennst du so weit nach links? Müssen wir nicht nach rechts? Ja, die Folge der Straße. Ja, wenn das da vorne Davids Castle ist, dann sind wir da schon voll falsch. Dann müssen wir doch nach rechts zu diesem anderen Berg. Wie heißt der nochmal? Wir müssen rechts in Davids Castle vorbei. Ja, mehr rechts, du trifftest voll nach links ab. Du läufst da schon fast drauf zu, natürlich. Wir müssen... Wir müssen ja hinter Davids Castle, oder? Wie heißt denn der Berg, wo wir diesen Militärposten bei mir auf dem Server damals hatten? Warum, warum willst du bei Cleen? Ach so, Cleen siehst du. Nein, das ist hier west-östlich. Nein, ich wollte nur gucken, ob da irgendwas Neues ist vielleicht. Nee, da ist nichts drauf. Warst du schon da Davids? Nee, aber die Karte sagt, da ist nichts drauf. Die Karte, die Karte. Ja, wenn die Karte die neuen Gebäude im Norden drin hat, dann wird sie wohl Cleen auch drin haben. Wer weiß, vielleicht ein Secret Point. Oh mein Gott, schade. Ist aber eigentlich schade, aus dem Punkt konnte man was machen. Bei so vielen Mods ist da was gemacht worden. Ja, aber das... Ich meine schon, nur... Der Punkt war halt immer schwer zu verteidigen oder zu übersehen. Du musst ja keine Military Basin machen. Irgendwas? Natürlich. Ein Gefangener Lager. So viele Möglichkeiten, wie zum Beispiel... Und eigentlich, ja, wecker nicht an mir rum, wo ich uns hinbringe. Du würdest wahrscheinlich jetzt in Kamenka rauslaufen. Ja, genau. Kenn ich doch. Ich wäre wahrscheinlich auch wieder hier gelandet, genau wie letztes Mal. Weil letztes Mal, wo ich bei Novi gespawnt bin, wusste ich nicht, wo ich war. Und bin einfach nach Norden gelaufen und hier rausgekommen. Und dann konnte ich mich orientieren. Dann bin ich aber auch nicht die Straßen gelaufen. Wollen wir dann trotzdem zu Davis Castle hochkucken? Hm, was soll man da finden? Da steht kein Heli. Pst. 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 Anderer Loot. Im 4 oder so. Na, das ist eher die Gefahr, dass wir abstürzen. Warum abstürzen? Ja, weil du da wieder nach oben natschen musst, damit da was spawnt. Wo das Loot ist. Ach. Das ist doch nicht so schlimm. Ich will jetzt zum Airfield. Da ist das Loot. Ah, mein Gott. Auf dem vollen Server haben wir sogar ne schlechte Chance, dass dort noch was ist. Ja, sowieso. Ich denke nicht, dass sie uns zum Axt Battle einladen. Ne. Außer wir reden mit denen. Lass uns ne Chance. Axt Battle. Ja. Vielleicht haben wir ja irgendwie Leute, die was denken. Sie sind gut mit Axten. Ich könnte mal anfangen, meine Sachen ein bisschen mehr aus dem Rucksack rauszunehmen. Das ja wieder der Punkt ist, wo wir beklaut werden könnten. Aber mal ne Frage so, Devils Castle war doch total Nordwestlich oder nicht? Ne. Das ist doch oben links auf der Karte. Von der Mitte aus gesehen mehr links als rechts. Da sind wir doch total falsch. Ne. Doch. Ne. Aber doch, wir sind total falsch abgekommen. Ne, das sind wir gar nicht. Was redest du? Wenn wir von, von, von Novi nach Devils Castle sind, dann sind wir statt nach Nordosten eher nach mehr nach Nordwesten gelaufen. Ne, das stimmt nicht. Doch, 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 doch. Ich hab die Karte so vor Augen. Wir sind total mehr nach links als nach rechts gelaufen. Du, du weißt ja nicht, wo warst du auf der Karte. Ich rede gerade, ich rede gerade, dass ich vor Augen habe auf der Karte, wo Novi und Starry ist und wo Devils Castle und wo das Nordost-Erftet ist. Und das weiß ich ganz genau. Das heißt, wir sind definitiv mehr nach Nordwesten als nach Nordosten gelaufen. Nein, das ist Blödsinn. Wie konnte dir das passieren? Was hatte ich... Das ist wegen deinem Linkstick hier. Das ist, weil du dauernd irgendwas redest. Du, links, da muss ich immer umkorrigieren. Was hat denn das... Nimm doch einfach den Finger nur auf die W-Taste und gut ist. Ich hab schon... Ne, weil dann meckerst du wieder aus irgendeinem Grund rum, weil du nach rechts rüber drehst. Und du läufst schon wieder so weit links. Nein, das kommt nur, weil du auf A und W gedrückt hast die ganze Zeit. Nein, du! Nicht ich, sondern du. Und du hast ganze Zeit auf W und D gedrückt. Guck mal, du packst den Kompass aus, visierst die Richtung an, dann drückst du einfach W und justierst das mit der Maus an der Laufrichtung aus. Und dann brauchst du nur noch W halten. Dann hast du eine Hand sogar frei, für was auch mal du willst. Wenn du nicht gleich gleich bist, dann hol ich meine Axt raus. Wie konnten wir so weit vom Ziel abkommen, wir werden es nie schaffen bisher. Nord-Ost-Airfield. Ich dreh wieder nach links, hast du es gesehen? Ja, ich sehe das total. Du fühlst dich jetzt wahrscheinlich von dem Weg da angezogen. Ja, genau. Der Weg ist falsch oder umständlich. Lauf querfeldein, das ist wesentlich besser. Warum? Warum? Das ist doch richtig. Nein, nein, nein. Weißt du überhaupt, was das da vorne ist für ein Berg? Der Berg da oben? Ja. Warte mal. Was kann er jetzt? Was ist das? Warte mal. Das ist Altar. Ja, dann sind wir ja... Siehst du, da hätten wir vorhin rauskommen müssen. Nicht erst bei Devils Castle. Das ist doch scheißegal. Du wolltest mir jetzt unbedingt die tollen Bäume, die ja neu sind, zeigen. Genau. Mann. Oder hast du einen geheimen Plan? Weißt du von irgendwas, was es auf Altar gibt, was ich noch nicht weiß? Keine Ahnung. Ist das überhaupt Altar? Oh mein Gott. Was denn? I will never ever teaming up together with you. Ich sag's dir, jetzt kriegst du Copyright auf deinem Video, weil du gesungen hast. Nein, nein, ich hab total falsch gesungen. Das wird gar nicht erkannt. Copyright. Hey, YouTube-Typen hier. Ich würde das Lied ja jetzt gerne einspielen, aber... Report. Ich claim, das ist mein Lied. Ich glaub ich mach einfach ein... Ich verlinke das in den Annotations, das Video. Also ihr müsst euch jetzt darauf klicken, landet ihr auf den neuen Tab und dann kommt das Video. Und den Song würde ich jetzt einspielen. Obwohl es eigentlich total bekloppt ist. Ich mein... Die Videos wird nicht monetarisiert. Das ist fair use. Das ist Werbung. Gratis Werbung für den Songmaker. Gratis gibt's nix auf YouTube mehr. Es ist ja nicht gratis. Ich will's ja nicht haben. Ich will's fair use'n. Gibt's bei YouTube nicht mehr. Doch, natürlich. Das Gesetz in Amerika... Äh, Amerika noch nicht. Ja, aber in Deutschland nicht. Ja, aber YouTube läuft danach... Ah ne, nicht ganz stimmt. Naja, sonst könnt die... Sonst wird die GEMA auch nicht darauf einwirken können, Bauer. Die GEMA kann auf alles einwirken, was sie will. Die GEMA sitzt ja auch in Deutschland. Ja, aber... Ja, ich weiß, was du meinst. Ist gut. Ja. Ich sag einfach, weil ich Österreicher bin und es kann... Fuck you, GEMA. Entweder bilde ich mir das ein oder ich verliere schon wieder Farbe. Alter. Es... Mir ist es egal. Das nächste gehört mir. Du bist doch nur süchtig nach dem Zeug. Alter, das sagst du. Wahrscheinlich bildest du dir ein, dass du Farbe verlierst. Ich brauche Kochsalz. Spritz mir Kochsalz. Komm, Skar, ich brauche es jetzt. Komm schon. Bitte, ich brauche es. Alter. Nur noch ein letzter Schuss. Alter, das kann niemals Altar sein, wenn das da hinten Devils Castle sein soll. Fuck you am Arsch. Weißt du, wie viele Kilometer zwischen Altar und Devils Castle liegen? Warte, ich guck mal die Karte an. Du verarschst mich die ganze... Ja, das werde ich jetzt auch tun. Kann ich gar nicht. Ich hab ja gar... oder? Alter. Shut up. Weißt du, wo wir sind? Du redest Bullshit. Wir sind richtig gelaufen. Wieso Devils Castle ist nicht mal 1 Kilometer... 1,5 Kilometer... Devils Castle ist... ist ein Kilometer von krassen Stuff entfernt. Devils Castle habe ich hier auf meinem Kartenabschnitt neben dem Nordwest Airfield. Was? Devils Castle ist beim Nordwest... Doch, ich seh's doch auf meiner Karte, Mann! Das schwiegt doch nicht. Ich hab hier das Nordwest Airfield. Und ich habe 1,5 Kilometer Abstand... Ich sag dir, wo wir sind. Weißt du, was wir da gesehen haben? Black Mountain. Mit dem Schloss. Das ist fucking Black Mountain und das vor uns ist Klein. Ja, siehst du, warum hast du dann noch Devils Castle die ganze Zeit gesagt? Du verwirrst mich. Ich wusste doch, dass es richtig gelaufen wäre. Ich wusste, dass wir nach Klein wollten, sollten. Ja, wir müssen dann nach links. Ja, auch guck mal, guck mal, hier die Straße. Wie oft sind wir die gefahren bei mir auf dem Server? Alter, ich wusste... Da ist der Norden, hier ist Klein. Wir laufen die ganze Zeit nach Osten. Ja, und wenn du... Wieso sind wir eigentlich draufgekommen? Wir waren doch vorher bei Noten. Ich hab keine Ahnung. Da können wir gar nicht, wenn wir Devils Castle sein. Devils Castle ist total aus dem Arsch gezogen. Und außerdem, du wolltest diesen Feldweg folgen. Du wärst östlich an der Küste beim Schiffswrack irgendwann mit Glück rausgekommen. Und nicht im Norden beim Nord-Ost-Airfield, wo wir hinwollten. Du meckerst an mir auf die Scheiße. Du mit deinem Linkstrahl. Wir werden jetzt vom Airfield, wenn wir beim Linkstrahl gefolgt werden. Ja, ja. Dein Linkstrahl. Dann hast du... Dann hast du halt ein... Wo bist du? Rechtsstrahl. Du hast mich... Du hast mich mit der A- und W-Taste gleichzeitig drückt. Irritiert und dann hast du dann die ganze Zeit so nach rechts mit der Maus rum... Nee... Ich wusste doch, dass ich richtig laufe. Nur der duft wieder mit seinem Gemäck an. Wo bist du jetzt? Ja. Am Weg nach Krass des Tops. Wer hat angefangen von Devils Castle zu reden? Ich muss mir das Video nochmal angucken. Ich wette mit dir, das warst du. Ich wette... Ich wette... Ich wette... Du. Al... Ich wette, da kommst du und sagst, Alter, das ist doch Devils Castle. Nein, nein, nein. Da wette ich drauf. Du meintest als erstes, das ist Devils Castle. Da wette ich... Irgendwas drauf. Keine Ahnung, wie... Ist das schon alleine... Alleine bedenklich, dass wir wirklich geglaubt haben, dass es Devils Castle ist? Obwohl wir bei Novi Look waren. Denn du hast es mir... Ja eben. Das ist Saki. Das passt... Der meinte ich auch noch zu dir. Was passt nicht? Devils Castle ist direkt beim Nordwesterfield. Das sind Kilometer dazwischen. Dann hast du rumgemerkt, wie schaffst du es, uns nach Nordwesten statt nach Nordosten zu bringen? Ska... Gibst du, wir haben uns beide total... Verwirrt, gegenseitig. Ja, definitiv. Und ich bin sowieso nicht zurechnungsfähig, weil ich bin auf Kochsalzlösung. Und ich bin müde. Siehst du, grumpy Ska. Oder ich könnte sagen, Österreich sind einfach schlechte Führer. Da würdest du was wahres sagen. Ja, dann... Ich bin auch müde. Das ist ja auch die Wahrheit, verdammt. Wo sind wir jetzt hier? Weil du immer diese Wege läufst, oder wir die Wege laufen jetzt, die wir sonst auch nicht laufen. Da drüben ist doch krass noch Stuff, da. Ja, längst, oder? Ja, wenn wir durch die Stadt laufen, über den Hügel, dann kommen wir zu unserem Survivor-Camp. Ja, du mit deinen verdammten Richternhalben. Meinst du, die haben ja auch ins Survivor-Camp versteckt? Nee. Schade. Das wäre zu gut. Ich habe schon gesagt, dass sie am Nordwest-Airfield das von dir kopiert haben. Wie? Sie haben da was kopiert von mir? Ja, die Zelte oben am Nordwest-Airfield. Echt? Da ist ein Zelte oben. Ja? Wir haben da ein Zelte-Lager hingebaut. Ich wusste, Rocket war in meinem Stream. Als ich an der Map rumgespielt habe. Ja, ja. Er hat überall seine Augen. Es war der eine ominöse Zuschauer, der war immer da, wenn du an der Map gebastelt hast. Und gestreamt hast. Es war wirklich immer einer mehr da. Ja, das sagst du ja. The Surreal Resorts sind die besten Chancen, um in den Norden zu kommen. Ja. Ich meine, das Trinken kann man schnell pushen. Auf der Küste. Aber das Essen nicht. Kannst du auch inlands hin und See hast, das ist gar kein Problem. Serious. Hammer. Lachs. Lachs? Lachs, ja. Das ist Lach-Munition. Oh, ich habe eine Kopflampe. Streichhölzer. Kann ich die jetzt schon direkt aufsetzen hier, oder? Ne. Weil ich lieber meine Mütze. Ne, Rohrzange. Oh, die Kopflampe ist sogar guter Zustand. Wir brauchen Food, Scar, Food. Streichhölzer. Das ist eine Wasserflasche. Kann ich die nicht kombinieren mit meinen? Oh, es sind sogar... Das sind Zombies. 51 Stück drin. Wow! Warum sagst du mir nicht, dass hinter mir einer ist? Ich habe doch gerade gesagt, es sind Zombies. Ja, hier drin, aber du hast nicht gesagt, bei mir. Hinter mir. Ich habe hinten keine Augen. Nicht? Nein. Nein. Okay. Ich kümmere mich mal um die Frau, die hier... Hallo? Will die mich verarschen? Oh. Nicht das Regal. Hallo? Bam. Und du blutest. Hat die gerade Shit gesagt, die Frau? Wirklich? Oh, Shit. Shit, it hurts. Ja, mehr ist hier nicht, ne? Wie geht's? Das sieht aber jetzt nicht so frisch aus. Das Loot hier, ganz ehrlich. Doch, ich habe Essen und Trinken und eine Wasserflasche gefunden. Oh. Ich habe gar nichts. Wie viel Essen hast du denn gefunden? Äh, zwei Stück. Magst du einen abgeben? Jo. Ich bin draußen. Ja. Und weil es so praktisch ist, sogar gleich öffnen, ohne Dosenöffner. Hast du schon hingelegt, oder...? Ja, ja. Ah, da ist es dann. Oh, da tut einer jammert von uns. Nein, ich höre nichts. Ich habe gerade einen jammern gehört. Wie wenn er Schmerzen hätte. Vielleicht Zeit versetzt. Ich habe im Supermarkt was gehört. Was? Jetzt habe ich was gehört. Warte. Dules. Was? Kohle schreibt man auf C-U-A-L, oder? Nee. Charcle oder so heißt das. Kohle Tabletten. Charcle Pils, oder so. Was? Was? Ja, Kohle ist ja vielleicht. Stimmt das? Ja. Das war ja mit Holzkohle gar nicht mehr so schlecht. Ich habe da vorhin auch schon Kohle gesagt. Kohle, Kohle, Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Ich weiß jetzt auf. Gott, ich hätte schlafen. Hm. Vielleicht wartet ja der Sandmann am Airfield auf uns. Hm. Lass mal erst mal von Weitem gucken, ob wir Zombies da haben. Aber ich habe Schmerzen. Warum? Was stimmt mit mir? Warte mal, ich kann Painkillers nehmen, ne? Was stimmt mit mir nicht? Ich habe sechs Painkillers. Ich nehme mal. Was stimmt mit dir nicht? Jetzt habe ich noch vier. Oh, die Tür hier ist offen. Ja, deswegen meine ich ja. Nee, die ist immer offen. Die drinnen Türen sind... Die inneren Türen sind zu. Jetzt hätte ich gerne ein Fernglas. Ich hoffe, wir finden Zombies. Wir werden es schon mitbekommen, wenn es knallt. Von wo wollen wir denn rangehen? Hm. Ja, wir laufen einfach hin. Ja, ich würde gerne... Ja. Mit den Hangars finden wir eh nicht viel, oder? Na doch, ist schon möglich. Ich würde einfach reinlaufen, mein... Boah, hast du jetzt geschrien oder ich? Wenn einer kämpft, dann bist du da. Wo? Bei mir hat einer gerade ganz laut geschrien gerade. Aber ich habe doch gerade schon Painkiller genommen. Und der wird... Der zeigt mir aber nichts an. Keine Ahnung, es könnte ich sein oder du, oder... Wir sind verpackt, keine Ahnung. Bei mir geht es gut. Na laut Anzeigen, ja. Der Zombie hat mich auf jeden Fall erwischt, Anna. Ja. Hier war jemand vielleicht. Nee, ist offen. Pass. Ja, manche Tülen sind offen. Das ist halt schwer abzuschätzen. Wo bist du, Dude? Na, ich sehe dich noch. Ich bin links von dir. Links? Ja, weiter oben. Jetzt links. Im roten Haus. Komm runter zu dir. Weiß nicht, nehmst du die Axt und nicht die Pistole lieber? Ups, das war nicht die Pistole. Äh, ja. Warte, ich nehme die Axt, ja. Na, ich habe auf jeden Fall Schmerzen. Vielleicht gibt sie das mit dem Reloven später mal irgendwie. Oh, vielleicht. Ob wir schon den ersten Mosin-Sniper da oben haben? Ich hätte noch ein frisches Scope für ihn.